So, 40 Last-Chance-Finale. Vorbereitungszeit läuft hier. Ja, die haben jetzt 15 Minuten Zeit, sich noch fürs Finale zu qualifizieren hier, die Fahrer. Wir hatten gerade einen Auszeit durch Aaron Rönnig und jetzt geht's hier los. So, 15 Minuten geht's jetzt hier. Das Finale. Last-Chance-Finale. Wir fahren jetzt hier. In 15 Minuten haben wir jetzt Zeit. Der beste Fahrer kann sich hier noch fürs Finale qualifizieren. So, kommen alle gut durch. Das sieht ja schon mal gut aus hier. So, mal sehen hier, der müsste jetzt hier der Tim sein. Er hat's knapp verpasst, also das richtige Finale. Auf Platz 7 liegen. Da hinten kämpfen sie. Der Timo Engels steht auf 2. Der hat ja gestern gewonnen. Hier hinten rechts ein bisschen. Irgendwann wird hier um jeden Platz gekämpft, hier im hinteren Feld. Also, hier haben wir alle in 15 Minuten noch locker die Chance. Wir müssen hier wahrscheinlich zweimal tanken. Also, wenn wir einige Tankstops sehen. Und an der Spitze hier der Tim Hinterer. Der tut sich schon mal absetzen hier. So, hier ist schön eng gefahren. Sauber wird er. Springt. Doppelsprung. Das läuft. Der eine kommt nicht weiter. Ja, der muss sich natürlich jetzt hier erstmal erwehren, dem Ganzen. Unser Bademeister durch. Hier lang. Das ist der Timo. Timo hat ja gestern das 40-Plus-Finale gewonnen. Also, sprich, er ist 40-Plus-Meister. Und vor ihm fährt der Tim Hinterer. Und hier jetzt um Platz 3. Steiner und Bär. Der Toni Christopher Bär ist jetzt da vorgefahren. Der ist jetzt auf Platz 3. Hier haben wir einen Ausfall. Die 25. Fällt hier aus. Alles nicht richtig. Ja, hier der Toni auch frei. Wir haben drei Minuten gefahren. Wir haben drei Minuten gefahren. Und an der Spitze hier der Tim Hinterer. Alter, rutscht da nicht aus. Ich fang auf die Tüfe. Auf die Nähe. Dankeschön. Ja, mach ich nicht. Ja, der Tim hier hat einen guten Furchtpunkt rausgefahren. Und wenn er das nach Hause bringt, dann wäre er der Erste hier der Einlass-Geschenk-Finale-Finale. Nein, wir hatten das, glaube ich, schon mal in Obermüllen gehabt. Das, glaube ich, hier ist das erste Mal hier in der Boxengasse. Warten die Leute auf die Tankstorps. Da müssen wir mal einen Blick drauf werfen, dass wir vielleicht ein, zwei gleich mal mitnehmen. Hier. Da hinten auf die Hochkurve ist immer geil, wenn die dann hochfahren. Hier in 4.3 in Ambademeister vorbei. Und dann hier gerade. Gucken wir auf Platz zwei. Der lässt schon lange auf sich warten, der zweitplatzierte. Da nehme ich mittlerweile der Toni vorgefahren. Und der Engelstädter muss einen Fehler gehabt haben, weil der ist etwas weiter zurückgefallen. Ja, das wäre natürlich auch ein guter Erfolg, wenn der Toni Christopher Bär da beim Finale erreicht. Aber da muss er an den Kim vorbei. Das wird natürlich super schwer, weil der hat schon einen guten Vorsprung rausgefahren. Er fährt hier jetzt den Bademeister rein. Einmal rum. Auf 3 da. Jetzt kommt der Steiner. Die 37. Einmal sehen, wie oft man tanken muss hier. Klack. Doppelsprung. Hoch die Hochkurve. Runter. Und durch den Bademeister. Und da kommt erst der Timo Engelstädter hier. Mal gucken, wer hier reinkommt. Ja. Der Steinhagel hier. Ah, was hat er da gemacht? Nein, er kommt schon gut durch hier. Aus der Box kommt er raus. Ich glaube, er muss auf jeden Fall nochmal extra tanken. Weil das war jetzt zu früh, wenn wir auf die Zeit gehen. Zehn Minuten eindeutig zu früh. Hier ist schon wieder einer in der Box gewesen. Und die anderen kommen. Aber wie gesagt, es ist eigentlich noch zu früh. von Toni Gustav Aver. Mal gucken. Ist noch hier totale Ruhe hier in der Box. Die anderen scheinen etwas länger zu fahren hier. Das ist die Nummer 61. Das ist der Jonas Bauer. Der hätte auch noch eine Chance. Ja, die Rückstände ist jetzt nicht so. Klar, der Tim ist jetzt schon weg. Also hat schon ein paar Meter Vorsprung. Aber hier ist eben alles möglich. Jonas Bauer fährt jetzt hoch. So, zum Bademeister. Geht hier einmal hoch. Und wieder zurück. Und wir warten hier auf den nächsten Tankstopp. Ihr seht schon. Hier, jetzt brauchen wir hier. Nicht, dass er ausgeht. Doch, ist aus. Das ist immer dann. Jemand von der Boxenkruhe muss hingehen. Zum Helfer. Und dann, der nächste ist aus. Haben einfach mal zu lange gewartet. So, jetzt wird hier die Startbox rausgeholt. Und dann werden die Modelle startet. So, hier wird gleich nachgetankt. Und da kommt der Jonas Bauer jetzt zum Tanken rein. Der Jonas geht jetzt auf die Viererkombination. Also doppelt doppelt muss man springen. Dann fährt die Steilkurve hoch. Und wieder zurück. Und wir haben noch acht Minuten Fahrzeit. Da liegt einer aus der Geraden. Hier in der Nordkurve dort hinten ist jemand. Oh, da muss jemand da am Helfer posten. Beziehungsweise halt die Crew. So, hier ist der Tim Hinterraum. Der führt immer noch das Feld an. Und hier kommen welche zum Tanken. Toni Christopher Bär zum Tanken. Super. Der andere wird noch nach. Da kommt der nächste rein. So, wir wollen jetzt hier nochmal nachtanken. Da wieder. So, dann kommt auch nachtanken. Das ist der Führende. Da hat er eine ganz schlechte Runde. Aber trotzdem, er führt noch der Tim durch die Bademeister durch. Hier runter. So, wen haben wir hier? Ja, erstaunlich. Hat es ins Halbfinale geschafft. Aaron White, Juniorendeutscher Meister geworden. Hat es ins Halbfinale geschafft. Klasse Ergebnis. Sehr zufrieden. Ich glaube, 13 Jahre ist der junge Mann. Also, das muss man erstmal schaffen. Starkes Ergebnis. Hier von den jungen Nachwuchspiloten. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, also knapp 6 Minuten Fahrzeit. Ah, jetzt hat er sich leider abgelegt. Hier haben wir die 54. Die 54. Da ist der Matteo Stützig. Das ist der Matteo Stützig. Das ist der Matteo Stützig. Und wir gucken mal, hier kommen jetzt welche zum Tanken. Da. Da. Das war die 57. Er hat sich genau hinter dem Timo, Engelsstätte, eingereist. Und hier die 6,46. Oh, hier brauchen wir jemanden, ne? Das war der Timo, Engelsstätte. Das war der Timo, Engelsstätte. Das war der Timo, Engelsstätte. Sie Partealen. Sie Suffer. Sie müssen messen. Sie müssen angeln,Pointят. Ihrеб Fell. Sie müssen schyden, Als ob sie gerade inảquele Tür fit. Sie müssen auch auf welch belablieren! Sie müssen! Die Saatm sch inclusive! Sie müssen nachheak und beeunden! Bademeister hoch und zurück. Ja, der Tim, der gefühlt immer noch vor dem, oh, da ist jemand in die Box gekommen, immer noch vor dem Toni Christopher Bär, der kommt hier. Also wir haben ungefähr eine halbe Runde Vorsprung, in Zeit ungemünzt. Nicht eine halbe Runde, aber es sind so vier Sekunden. Also er ist durchaus dran noch. Ah, und dann legt er, oh, hat er sich schön hingelegt, aber hat er gut gerettet, klasse. Ah, und dann macht er diesen krassen Fehler. Nicht, dass er dann noch Position verliert und auf jeden Fall hat er den Abstand vergrößert. Also sprich, hier vorne fährt jetzt der Führende, da oben der zweitplatzierte und hier fährt der Führende. Also Abstand ist dadurch natürlich wesentlich größer geworden. Also mit den vier Sekunden knapp Rückstand, das war noch machbar, aber jetzt kommt er hier unten erst an und der Tim hinterher fährt da hinten. So, und ganz hoch. Und beide fahren jetzt hier Toni Christopher Bär hier unten und da oben der Führende. Quasi ein Duett, aber der eine fährt auf die Gerade und der andere muss erst noch Tor. Zählstreifer. Ja, so kann das gehen. Ein kleiner Fehler hat sich so angereibt. Leider nur zwei. So, jetzt treffen sie sich wieder hier. Und man merkt, so knapp eine halbe runter. Abstand haben sie jetzt. Geht's hoch von Tim nach unten. So, ich glaube der Tim kommt nochmal rein. Einfach mal einen Sicherheits-Tankstopp. So, zwei Minuten vor Schluss. Flash and Dash oder wie man das so schön nennt. In Amerika einfach rennen. No, come. Und nochmal schnell nachtanken. Das wird man jetzt einfach sicherheitshalber machen, so wie es aussieht. Na, da hat er umsonst gerufen. Ne, da kommt er nicht rein. Vielleicht fährt er ja auch durch. Da hat er einfach bloß hochgerufen. Fahr easy. Du hast so viel Vorsprung. Da ist schon wieder jemand in die Box. So, genau noch eine Minute. Fährt er in der Box vorbei. Und ich muss noch zwei Runden fahren. Also diese und die nächste. Und dann ist er durch. Aber er muss durchfahren. Weil selbst wenn Toni eine halbe Runde Rückstand hat. Ja, wenn er jetzt ausfällt, bringt das ihm auch nichts. So, das sind nach 34 Sekunden. Wenn er jetzt ein bisschen langsamer macht, muss er nicht noch eine Runde fahren. Wenn er jetzt schnell fährt, dann muss er noch eine Runde beenden. Ehe die Uhr runter tickt. Oder aus ist. Letzte oder frohletzte Runde. Wir werden es gleich sehen. Zeit läuft ab. 80 Sekunden noch. Fährt jetzt langsamer. So, da kommt der Tim. Und wir haben noch fünf. Vier. Ah nein, er hat es noch geschafft. Also nächste Runde. So, Finalrunde für den Tim. So, Perfekt. Der Tim hat hier gewonnen. So, der Tim hat hier gewonnen. Und das? Oh, mein Gott.